Was ist jetzt gegen mein Homerun? Vor zwei Jahren konnte ich das noch ganz hochklappen. Ich bin nämlich im Mauerhof an Zillachdol aufgewachsen und bin immer an den Bänken Skifahren gewesen. Am Anfang halt einen Haufen kleine Waldweglern, wenn man so will, quasi meinen älschten Homeruns. Aber in meinen Elternwägen wollte ich oft immer mehr entdecken. Und so bin ich jedes Mal, wenn ich am Bänken gewesen bin, auf der Suche nach neuen Cliffs und Lines gewesen. Und auch heute noch, wenn ich nach Hause komme zum Skifahren, bin ich immer auf der Suche nach einem neuen Kick. Aber ist jetzt dadurch mein Homerun der Bänken? Nicht wirklich. Weil vor zwei Jahren habe ich angefangen in Innsbruck zu studieren und dort ist eine ganz neue Welt für mich aufgetrunken. Mit neuen Skigebieten, die es zu erkunden gilt und einen Haufen motivierten Freunden, die mich immer weiter pushen. LeND Schule 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 Mt Schule Eine Schule Aber damit jetzt zurück zu der Frage, was ist mein Homerun? Ich kann mich nicht auf Wunsch beschränken, weil irgendwie ist jede Abfahrt mein Homerun. Wie das geht fragt sein Kürz, ganz einfach. Meine Hohen sind die Berge, in den Berge bin ich aufgewachsen, an den Berge bin ich nie gewachsen. Also stay stoked and keep sanding. Alles klar? Ich kann mich nicht aufwachsen, an den Berge bin ich aufwachsen. Ich kann mich nicht aufwachsen, an den Berge bin ich aufwachsen. Ich kann mich aufwachsen, an den Berge bin ich aufwachsen. Ich kann mich aufwachsen, an den Berge bin ich aufwachsen. Ich kann mich aufwachsen, an den Berge bin ich aufwachsen.